Hallo und willkommen zu diesem neuen Reibkopfknaller-Video von mir. Heute gibt es die Harzer Teufelsknaller. Ich mache die jetzt mal auf. Die haben diese Farbe und da steht drauf, deutscher Kracher von Veko. Und die haben auch schöne Reibköpfe noch dran. Hart sind sie auf jeden Fall. Die Wandlung gefällt auch. Und dann viel Spaß bei der Zündung. Ja, so jetzt drei Stück von den Harzer Teufelsknallern. Ui. Und das ist leider verpufft. 92,8. Hoffe ich, dass die anderen besser werden. So, der zweite. Ne, die sind leider nicht so laut. 95,2. Gehe da noch einen dritten. Mal sehen, ob der wenigstens auf über 100 kommt. Nein, die sind wirklich nicht so laut. Also dann tschüss, 97,2. Bis zum nächsten Reibkopfknaller-Video. Solange aufgeregt. Da ist schon, da sind wir ja so laut. Hö, doch, doch. Da ist ja so laut.